So, hallo, zing, 1200 Gold, zing, 1350 Gold oder so, hi, 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 oh, oh, okay, man sollte es nicht übertreiben, immer schön zwischendurch Gegner treffen, sonst haben wir keinen Mana mehr, oh, nein, 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 kann schon, stirb, so, aber auch da kommen wir wieder nicht hin, richtig, runter, 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 da kommt man nicht mal als Zwerg hin, was zur Hölle soll das denn, hm, okay, ach, der Raum wieder, ja, ach, nö, nimm mal dich mit, dich mit, huschen hier schnell durch und sind im Wald, ja, so, schnell zum nächsten Boss oder Übergang, nö, Übergangsbereich, um Lebenspunkte und Mana einzusacken, oder so, oh, der hat ja richtig was ausgehalten, oh, ich hätte gerade schwören können, wir hätten den Stachel weggeschubst, aber das sah, glaube ich, nur so aus, oh, 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 oh Bereich. Oh, zwei Augen. Das ist gar nicht schön. Yikes. So. Weil dieser Feuer Aura Spruch ist zwar ganz praktisch, aber ich hätte gerne eine Alternative irgendwie, wenn das möglich wäre. Was es glaube ich gar nicht ist, aber Oh. Oh. Das war jetzt nicht so schön. Oh, oh, oh. Eintreffer noch. Wir sind tot. Komm schon. Gib mir noch ein Hühnchen aus der Liane. Nein. Gut. Äh. Kaputt. Ach ja. Aber definitiv eine von mir unterschätzte Klasse. Kann man nicht sagen. Assassin haben wir auch schon lange nicht mehr ausprobiert. Spezial Mistral Form. Lich Queen. Nö. 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 Also niedrige Stats, aber starke kritische Treffer. Nö. Nö. Lich King, Archmage und Barbarian Queen. Da nehmen wir doch natürlich sie. Und sollten jetzt unsere Dings hier wieder umändern. Äh. Nö. Nö. Das ist auch okay. Das würden wir gerne ändern. Obwohl, wir würden es gerne auf Sky Cape umändern. Und dann hier die Flugrunde rausnehmen. Die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Und dafür hätten wir gerne eigentlich Lebenspunkterzug. Aber die haben wir noch nicht. Äh. Dafür dann mehr Gold. Schneller bewegen. Ähm. Nö. Ist okay so. Also wir haben jetzt wieder drei Versprungen. Kein Fliegen. Aber muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Aber ich denke mal, das ist so praktischer. Weil wir quasi jetzt zehn Prozent mehr Gold äh. umsonst bekommen haben. Also ja, wir verliehen den Upgrade, den wir sonst oder die Stats, den wir sonst im Umhang hätten. Aber so doll fand ich die jetzt auch nicht. So. Wir merken schon, Barbar muss wesentlich öfter zuhauen als der Hokage. Deswegen könnte mit dem Barbaren einfach mal das Ausweichspielchen spielen. Warum kannst du uns da oben treffen, verdammt nochmal? Das ist kein guter Anfang. Und mit Ausweichspielchen meinte ich eigentlich, wir versuchen gar nicht erst Gegner umzubringen, sondern wir laufen einfach nur zu trüben. Oder fässern. Mal gucken, wie das funktioniert. Tatsächlich können wir jetzt so töten. Oh. Ich habe echt kein Glück heute. So. Einfach nur kaputt hauen. Gegner wird ignoriert, so gut es eben geht. Dabei. Zwei. Okay. 2200 Gold. Gute Anfang. Mehr. Ein. Gegner, der uns nicht trifft. Ist ja schön. Oh. Kann schon ganz viel Gold. Oh. Imperial Bracer. Imperial war einfach nur alles besser, oder? Mal gucken. So. Das wäre der Boss. Fällt mir gerade noch so auf. Und wir haben den noch gar nicht versucht bisher. Und die Lebenspunkte sehen okay aus. Heißt, ich nehme die jetzt auch noch mal mit. Und probiere jetzt einfach den Boss. Und wenn wir es nicht schaffen, haben wir wenigstens 5000 Gold gemacht. Also. Gucken wir mal, ob er neue Tricks auf Lager hat. Hallo, Kinder. Ja. Er hat sehr viel mehr Lebenspunkte. Aber es geht. Au. Au. Doppelsprung war definitiv eine gute Idee. Au. Mhm. Komm, 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 komm. Komm. Oh, gleich kaputt. Sehr schön. Ja. Man muss nur ein bisschen vagemutig sein. Dann hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich überall Goldruhen reingepackt. So. Gib mir 20 Mal Angriffskraft. Naja. Gebt immer nur noch plus einer Punkte. Aber ja, die sind kostenlos. Also, nicht meckern und so. Swoosh. Sehr schön. Das heißt, die Bosse an sich haben einfach nur mehr Lebenspunkte. An der Taktik ändert sich gar nichts. Damit kann ich arbeiten. Das macht das Ganze sogar fast einfach. Weil man muss halt nur die perfekte Taktik für den Boss finden. Für den hier hatten wir das ja schon fast. Für die Nachkommenden weiß ich noch nicht so wirklich. So, wir wollten eigentlich gar nicht töten. Wir wollten nur durchrushen die Sache einsammeln. Au. So, weg, 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 weg. Gib mir eine Boss-Tür oder irgendwas vergleichbares. Ich brauche Lebenspunkte. Au. Komm, schau. Hühnchen, 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 Hühnchen. Au. Sehr schön, sehr schön, schön. Weg, 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 weg. Karte sagt, es geht unten weiter. Wow. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Alles gut. Oh, weg hier. Schneller, weg hier. Schneller, weg hier. Nein. In einen Schleim gesprungen. Aber gut, wir haben den ersten Boss auf New Game Plus gekillt. Das ist schon mal Anfang. Hm. Baba. Ein Pupsen, der Baba. Archmage. Nee, Baba. Wir machen das gleiche wie eben. Also, eigentlich einfach nur durchlaufen. Mehr Lebenspunkte ist wichtig. Mehr Angriffskraft ist eigentlich viel wichtiger, denke ich. Da wird es hapern, weil wir die Gegner nicht ordentlich umbringen können. Und jetzt mit dreimal mehr könnte das schon was werden. Also, hops, hops, hops. Dash. Also, selber sprüchen wie eben. Wir bringen Gegner nur um, wenn wir sie wirklich umbringen müssen. Und sammeln sonst nur Kisten ein. Und versuchen uns zu den Bossen durchzuschlagen. Der zweite Boss, also der im Wald, war was? Ah, das war der Schädeltyp. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ob ich Schädeltyp so einfach schaffe. So. Au. So, komm näher her. Komm hier her. Nervensäge. So. Au. Ich wollte gerade hochspringen. Doofes Ding. Jetzt stirb einfach. Das mit dem Gegner ausweichen ist nicht so ganz eingedrohen in meinem Bewusstsein, ha? Eine Jukebox. Sehr schön. Furz, furz. No. So. Warten. Hopps, hopps. Achso. Wir hatten schon so lange keinen Doom Bass mehr, dass er mich richtig erschreckt hat. Komm weg, 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 weg. Einfach weg. Dankeschön Lebenspunkte. So. Na, leop. Noch ein Doom Bass wird auch ignoriert. Gib mir Kisten. Oh, warte mal. Hier ist das kein Schaden. Demonsten. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie ich das machen muss. Ich darf einfach nicht da rechts abschliegen. Ja. Also ja, man darf da nicht rechts abbiegen und man muss entweder dreifach Sprung haben oder fliegen. Na gut, fürs nächste Mal. Alle hopp, alle hopp. Einfach weg. Sehr schön. Dich ignorieren wir auch. Oh, das sind ganz schön viele Gegner. So, dich ignorieren wir. Ich würde gerne nach links dann finde ich später wieder hierher zurück müssen. Aber ganz schön viele Gegner hier auf einem Haufen aber eine Truhe. Oh, komm schon. Kaputt, kaputt. Oh, oh. So. Sehr schön. 2500 Gold. Das ist jetzt nicht so die Menge. Aber das passt schon. Oh. Nö, hier sollten wir nicht bleiben. Tagebuch kann ich ignorieren. Komm schon. In die Boss-Tür. Wir gucken, wie der zweite Boss ist. Weil die Schädel werden jetzt auch mehr Lebenspunkte haben bei dem Boss. Bestimmt. Oh. Amor plus 2. Sehr schön. So. Also Taktik wäre kleine Schädel so gut es geht umbringen. Wenn man merkt, dass es zu viele werden einfach auf den Boss halten. Gucken wir mal. so gut es geht umbringen. Also, wir gucken mal. wir gucken mal. Untertitelung des ZDF, 2020